weil ich mich nicht entscheiden ob ich schaffe oder ziege sagen wird oder schatzi kann sich nämlich gerade schlecht bewegen probleme es ist der doktor es ist der doktor hat mich gesehen der doktor hat mich gesehen das endet nie gut ist super besonders wenn er von parasiten anfängt und ich werde ich werde wieder drauf gehen das hast du eben auch schon gesagt und du hast überlebt ich hink aber am marken das problem ist bea versucht mich mit wahnsinn anzustecken das problem ist das funktioniert bei mir nicht ich bin schon wahnsinnig wer wollen wir nicht im waffenstillstand schließen ich wollte gar nicht dran das war nur dass mir ist was runtergefallen und das noch aufgeben der doktor ja schon richtig bücken sich mal ganz tief mache mich nicht noch wahnsinnig wollte ich nur auf laden schätzt kann die frau machen sie versucht mich wahnsinnig zu machen das ist schon wahnsinnig durch mich aber herr doktor ich brauche keine spritze ich bin kerngesund ich bin corona frei ich habe schriftliche bestätigung ich brauche meine frau hat irgendwelche probleme ich habe schon wieder verloren und du hast schon wieder gewonnen ja ich habe dich nur gerecht wir waren ja zu dritt gerecht du meinst weil max neben mir stand und mich gegrüßt hat hast du zugestochen ja und uns beide damit getötet du hast einfach das messer du hast das messer nicht gesehen hängen die dich in japan oder die sind alle am ende am ende der karte und ne scheiß die sind wirklich ganz woanders ja 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 bin ja schon auf dem weg dahin jetzt wirst du trotzdem nicht mehr schaffen ach mist zwar jetzt hinter mir ist mir aber egal hauptsache dich wenigstens einmal abhängen das ist der vorteil bei der ja sie lässt einen dann in ruhe richtig was machst du denn da hinten koppeln oder was ja koppeln ja oh 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 mhm ja ihr süßen mhm ne 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 bleib mal da geh einfach weg ist das bär die geht nicht weg die verfolgt ihr ziel bis zum bitteren ende ja ich hab hallo fehlt nur noch dass ich anfange mit mir selber zu reden kein ja nicht Na toll. Na toll. Naja, ist doch sehr toll. Ja, ist sehr gut. Ist sehr gut. Ja, ich habe es doch verstanden. Ja, jawohl, jawohl. Komm, 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 komm. Ich darf doch nicht dahinter stehen. Bin ich doof oder was? Ich hab nie das Schlüssel mal wieder gefunden. Hör doch weg. Hör doch weg. Hör doch weg. Ich hab dir nichts getan. Weißt du doch. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Du hast nämlich nichts getan. Das ist ein Brett von Coca und du. Dafür schreibst du aber ganz schön den Fahrer nicht. Mhm. Oh, lecker. Dann schreibt schon wieder jemand. Nein, nein, nein. Oh nein. Oh nein. Ah, jetzt bin ich auch noch Stufe 3. Ah. Das ist super. Ein Schreikonzert, nenne ich das hier. Hat einer zufälligerweise die Leute gesehen? Nein, noch nicht. Ich habe einen netten Schlüssel. Nein, ich habe zufällig. Nein, ich habe zufällig. Ich höre ein Doktor an ihrer psychischen Behandlung müssen sie noch arbeiten. Hey, Heli. Hi. Wie schaut's? Weiß ich noch nicht. Okay. Genau so. Hi, Max. Mach dir da hinten einen Community-Treff ohne mich? Das ist eine Schweinerei. Niemals ohne dich, Schatz. Die hat gerade die Schatten gekontrolliert, hat nur in den Fritschen geguckt. Ich habe den Bein geguckt, erzählt mir. Ich war mal so frei. Super. Die ist dann im Eintor. Die verfolgt Max. Max liegt am Boden. Ich verpinscht noch einmal. War sowas aber auch. Nimm nix hin. Was soll ich dazu noch sagen? Ja. Das du so vielen Bekannter immer zu mir sagst. Warum soll ich so unterwegs sein? Mir fällt da doch nicht mit dir sein. tschuldige mag ich hab's versucht wollte ich echt retten aber das ist der große mach ich jetzt auch ich hätte gerne die ich getroffen habe ja dann lassen sie mich hoch heilen ja in der zeit man die anderen der autor aufkommt kann ich eine frage ja kacken dreist ich weiß hier muss doch noch sein ich muss mich erst mal wieder ein kriegen das war zu aufhören gerade ja aber ich will nicht so wahnsinnig gehen ist der verkehrte wahnsinn